Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man N, der sogenannte Stichprobenumfang, mit Hilfe des Taschenrechners bestimmen kann. Ein Hinweis noch an dieser Stelle, es wird hier nur der Umgang mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner gezeigt, abgekürzt wird er und nicht mit grafischer Taschenrechner. In diesem Zusammenhang gibt es vier Größen, die eine Binomialverteilung ausmachen. Als erstes natürlich N, vereinfacht formuliert die Anzahl der Versuche oder der sogenannte Stichprobenumfang, p, das ist die Trefferwahrscheinlichkeit, k, das ist die Anzahl der Treffer und p, vereinfacht formuliert, ist das die Gesamtwahrscheinlichkeit. Wie bereits erwähnt, werden wir uns hier mit der Suche nach N beschäftigen und das bedeutet indirekt, dass die anderen drei Größen, also klein p, k und groß p, in der Aufgabenstellung gegeben sein müssen. Nach dieser kurzen Übersicht schauen wir uns am besten ein paar typische Beispielaufgaben an. Hier ist Beispielaufgabe 1, ich werde sie kurz überfliegen. Ein Glücksrad hat die drei Sektoren Rot, Gelb und Blau. Die drei zugehörigen Farben treten mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auf, Rot 0,3 oder 30%, Gelb 0,4 und Blau 0,3. Wie oft muss man das Glücksrad drehen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% mindestens zweimal gelb zu erhalten? Für den Fall, dass das zu schnell ging, bitte auf Pause drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchlesen und versuchen zu verstehen. Wie bereits erwähnt, uns interessieren diese vier Größen. Und auch wenn wir jetzt wissen, dass wir N suchen, trotzdem müsst ihr in der Lage sein, in der Aufgabenstellung zu erkennen, dass N gesucht ist. Wenn ihr die Aufgabenstellung aufmerksam gelesen habt, dann ist euch wahrscheinlich in dem zweiten Abschnitt aufgefallen, dass es steht, wie oft muss man das Glücksrad drehen. Also das ist die Anzahl der Versuche und das ist der Beweis, dass N gesucht ist. Als nächstes könnten wir vielleicht die Trefferwahrscheinlichkeit suchen. Und zwar in der Fragestellung geht es um die Farbe Gelb. Und die Wahrscheinlichkeit für Gelb ist ja oben schon gegeben mit 0,4 bzw. 40%. Als nächstes könnten wir K ermitteln. Und diese Information finden wir in der letzten Zeile. Es muss mindestens zweimal gelb vorkommen. Also K ist größer gleich 2. Achtet darauf, das mathematische Zeichen für mindestens muss ebenfalls mitgenommen werden. Und noch P, die Gesamtwahrscheinlichkeit, die findet man auch in der letzten Zeile. Die Gesamtwahrscheinlichkeit soll mindestens 90% sein. Das bedeutet, P ist größer gleich 0,9. Bevor wir gleich unseren Lösungsansatz bilden, gibt es noch eine Kleinigkeit zu klären. Wir haben unsere Binomialverteilung noch nicht deklariert. Und dafür habe ich bereits ein bisschen Platz gelassen. Das bedeutet, wir haben eine Zufallsvariable x. Sie ist binomial verteilt mit n gleich Fragezeichen. n ist sowieso gesucht. Und P gleich 0,4. Wobei x die Anzahl gelber Sektoren ist. Und wenn ihr diese Kleinigkeit vergisst, gibt es leider bei der Korrektur nicht die volle Punktzahl. Also am besten nicht vergessen. Okay, jetzt ist es Zeit, diesen Lösungsansatz zu bilden. Und wenn ihr schon so weit gekommen seid, ist die Bildung dieses Ansatzes eigentlich ein Kinderspiel. Man nimmt einfach die Trefferzahl k und setzt es als Zufallsvariable x einfach hier bei P in Klammer. Also einfach k als x hier einsetzen. Und damit hat man schon seinen Lösungsansatz. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Also wir haben dann entsprechend Groß P von x größer gleich 2 ist dann größer gleich oder mindestens 0,9. Bei vielen Aufgaben dieser Art seid ihr vielleicht an dieser Stelle schon fast am Ziel. Also es fehlt nur noch die Auswertung mit dem Taschenrechner. Bei dieser Aufgabe leider nicht. Und zwar zur Erinnerung, der Taschenrechner kann ja praktisch nur zwei Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Einmal für eine genaue Anzahl der Treffer und einmal die kumulierte Wahrscheinlichkeit bis zu einer genaue Anzahl der Treffer. Das bedeutet, er kommt nicht klar mit diesen mindestens 2 hier. Aus diesem Grund müssen wir erstmal diesen Ausdruck so umformen, dass wir es mit der kumulierten Wahrscheinlichkeit bearbeiten können. Und das erfolgt über das Gegenereignis. Also an dieser Stelle bilden wir auf der linken Seite das Gegenereignis. Und das lautet dann P von x höchstens 1. Und natürlich müssen wir jetzt so umformen, dass dieses Groß P hier alleine auf einer Seite steht. Eine Möglichkeit wäre hier erstmal die 1 rüber zu bringen mit minus 1. Dann haben wir hier links minus P von x kleiner gleich 1 ist größer gleich minus 0,1. Und dann müssen wir natürlich noch dieses Minuszeichen hier loswerden. Also mal oder geteilt durch minus 1. Und dann haben wir P von x kleiner gleich 1. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn man eine Ungleichung, eine negative Zahl multipliziert oder teilt, ändert sich das Ungleichzeichen um. Also von größer gleich oder mindestens wird es kleiner gleich oder höchstens 0,1. Also bitte aufpassen an dieser Stelle. Und jetzt sind wir so weit, dass wir das Ganze mit dem Taschenrechner auswerten können. Man kann das Lösungsschema auch so gestalten. Also ich schreibe hier das, was wir suchen, also n. Und hier schreibe ich unser Ansatz, was wir am Ende hatten. P von x kleiner gleich 1 soll höchstens 0,1 sein. Und zur Erinnerung, in dem wissenschaftlichen Taschenrechner, und es gibt üblicherweise zwei davon, Texas und Casio, sind das die üblichen Befehle, mit denen wir arbeiten. Also bei den Texas-Taschenrechnern gibt es zum Auswahl Binomial CD oder PD. Wir brauchen hier die kumulierte Wahrscheinlichkeit, also Binomial CD ist es. Bei den Casio-Taschenrechnern, vor allem bei dem neueren, heißen die Befehle kumulierte Binomialverteilung, beziehungsweise Binomialdichte. Wir brauchen natürlich die kumulierte Binomialverteilung an dieser Stelle. Und jetzt ist es Zeit, ein bisschen rumzuprobieren. Das Rumprobieren ist nicht so schlimm, wie es klingt. Die Aufgaben sind meistens so vorbereitet, dass ihr nicht nach riesen Zahlen suchen müsst, sondern das sind irgendwo Zahlen im Bereich 5 bis 20 oder 25. Ihr könnt zum Beispiel mit 10 anfangen und dann gucken, ob ihr nach oben und nach unten mit dem Wert gehen müsst. Durch ein bisschen rumprobieren. Und genau das gleiche habe ich auch gemacht. Ich schreibe jetzt einfach mal drei Werte, damit wir sehen, wie wir auf unser Ergebnis kommen. Ich habe es mal mit n gleich 7 probiert. Natürlich musst ihr dann für p 0,4 einsetzen. Und für k setzt ihr die 1 ein, also die letzte Umformung zählt. Und für 7 habe ich die Wahrscheinlichkeit 0,158 rausbekommen. Im Vergleich zu unserem Ansatz hier oben sind wir noch drüber. Also es darf höchstens 0,1 sein. Dann habe ich als nächstes noch die 8 hier. Das sind 0,106. Das wird schon knapp, aber wir sind immer noch drüber. Und natürlich wird das dann bei den 9 klappen. Da sind es 0,070. Das ist die erste Zahl für n, wo die Wahrscheinlichkeit höchstens 0,1 ist. In diesem Fall ist es ein bisschen niedriger als 0,1, aber das passt für uns. Damit haben wir jetzt die richtige Zahl für n und können natürlich damit auch einen passenden Antwortsatz bilden. Da könnte beispielsweise genau so lauten. Das Glücksrad muss mindestens 9 mal gedreht werden, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% mindestens 2 mal gelb zu erhalten. Und für den Fall, dass die erste Aufgabe noch ein bisschen zäh war, hier noch eine zweite Beispielaufgabe zum Üben. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Bei einer Lotterie sind 5% der Lose Gewinne. Wie viele Lose hätte man mindestens kaufen müssen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens 2 Gewinnlose über 50% liegt. An dieser Stelle würde ich sogar vorschlagen, auf Pause zu drücken, zu versuchen, selbst die Aufgabe zu lösen und dann mit meinem Lösungsweg zu vergleichen. Also, genau so wie vorher suchen wir diese 4 Größen. Und als erstes wäre vielleicht wichtig zu erkennen, dass n gesucht ist. Das kann man hier an dieser Stelle sehen. Wie viele Lose? Also, die Anzahl der Lose, die Gesamtanzahl der Lose, ist natürlich n, was gesucht ist. Dann die Trefferwahrscheinlichkeit. Es geht in der Fragestellung um Gewinnlose. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, sieht man praktisch oben mit 5%. Also, 0,05. Dann k, die Anzahl der Treffer. Es sollen mindestens 2 Gewinnlose sein. Also, k ist größer gleich 2. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit soll über 50% liegen. Also, P ist dann wieder mehr als 0,5. Als nächstes werden wir wieder die Zufallsgröße x definieren. Das heißt, x ist binomial verteilt mit n gleich Fragezeichen und P gleich 0,05. Und x ist die Anzahl der Gewinnlose natürlich. Und somit können wir jetzt zu unserem Lösungsansatz gehen. Genauso wie vorher. Wir nehmen hier dieser k größer gleich 2, schreiben die Trefferzahl als Zufallsvariable x um und setzen es hier in eine Klammer. Entsprechend wird das Ganze dann so aussehen. P von x größer gleich 2 muss größer als 0,5 sein. Und auch hier stoßen wir auf das gleiche Problem. Wir müssen erstmal ein bisschen umformen. Also, wie bereits gesehen bei der Aufgabe davor, über das Gegenereignis kommt man eigentlich ganz gut an dieser Stelle voran. Dann haben wir mehr als 0,5. Dann bringen wir erneut die 1 rüber mit minus 1. Dann haben wir minus P von x kleiner gleich 1. Das ist mehr als minus 0,5. Und das Ganze dann mal minus 1 nehmen. Und somit haben wir P von x kleiner gleich 1. Ist jetzt kleiner, also aufpassen, das Ungleichzeichen dreht sich wieder um. 0,5. Und jetzt sind wir soweit, dass wir das Ganze mit dem Taschenrechner auswerten. Also, ich schreibe hier wieder das, was gesucht ist. N. Und unsere letzte Umformung natürlich. P von x kleiner gleich 1 soll kleiner sein als 0,5. Und hier rechts an der Seite nochmal unsere Taschenrechnerbefehle, die wir brauchen. Und natürlich brauchen wir wieder die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Egal, welche Taschenrechner wir nehmen. Und zugegeben, beim Probieren war ein bisschen mehr zu suchen hier als bei der ersten Aufgabe. Also, ich habe auch erst mal so mit 15 probiert. Und ich habe gesehen, ich bin noch weit entfernt von diesem Wert, was wir hier erwarten. Und ich wurde erst, finde ich, in dem Bereich, also ich schreibe jetzt mal die 33 hin. Da war die Wahrscheinlichkeit oder lag die Wahrscheinlichkeit bei 0,504 gerundet. Also, noch über 0,5. Und wir müssen unter 0,5 kommen. Und das ist erst dann bei 34 passiert. Und zwar, da war zum ersten Mal die Wahrscheinlichkeit 0,488. Und damit haben wir natürlich auch unser Ergebnis und können damit einen Antwortsatz bilden. Und dieser Antwortsatz könnte zum Beispiel folgt lauten. Es müssen mindestens 34 Lose gekauft werden, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens 2 Gewinnlose über 50% liegt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr euch auch Aufgaben in Zusammenhang mit der Suche von P und K anschaut. Außerdem ist es natürlich noch für die Abiturprüfung von Bedeutung der Binomialverteilung mit und ohne Taschenrechner. Sowie die Normalverteilung mit und ohne Taschenrechner. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen sowie weitere Beispielaufgaben findet ihr gleich am Ende im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.